Am Samstagabend kommt es zum Spitzenspiel zwischen Leipzig und Bayern München. Im Vergleich zum Leipziger 3-1-Sieg gegen Gladbach erwarten wir bei den Roten Bullen zwei Umstellungen. Zum einen dürfte Mokele hereinrücken, somit würde Leipzig wieder mit einer Dreierkette auflaufen. Er käme für Kevin Kampel herein, der aufgrund von Sprunggelenksproblemen wohl ausfällt. Als zweite Änderung haben wir Demme hereingepackt, der für Leimer spielen könnte. Wir sehen Demme hier als Stabilisator vor der Abwehrkette. Im zentralen Mittelfeld könnte zudem auch Neuzugang Nkunku für Forsberg hereinrücken. Den Schweden sehen wir aktuell allerdings vorne.